Ja, es freut mich sehr, dass trotz der frühen Stunde schon so viele Leute da sind, um über Domain-Driven Design was zu hören. Wir machen halt so einen Rundumschlag, also wir schauen mal, wo das Domain-Driven Design eigentlich herkommt, warum die Idee entstanden ist, wie es damals, also Anfang der 2000er, erfunden wurde sozusagen und wir schauen uns halt an, was seitdem passiert ist und warum Domain-Driven Design jetzt so eine kleine Renaissance erfährt und nochmal ein Blick ist, betrachtet zu werden. So, über mich kurz, ich organisiere seit Mitte des Jahres das Domain-Driven Design Meetup in Köln, also wer da Interesse hat, kann da gerne mal vorbeischauen. Bei Twitter findet man mich hier unter Sustainable Pays und unschwer zu erkennen, viel Werbung auf den Folien und T-Shirt, bin ich Softwareentwickler bei der Rewe Digital. Genau, über die Rewe kurz, die Rewe ist ja etwas mehr als nur der Supermarkt, man weiß gar nicht, dass die Rewe noch viel, viel mehr macht, das heißt, es gibt hier Touristik-Sparte, es gibt hier die Heimwerker-Sparte, wir sind auch im Ausland sehr aktiv mit anderen Ketten und die Rewe macht halt gerade eine Transition durch, das heißt, weg von dem reinen Offline-Geschäft in das Online-Geschäft, also die Digitalisierung ist auch bei der Rewe endlich angekommen und wir haben da so ein neues Unternehmen gegründet, die Rewe Digital, die quasi dafür da ist, die ganzen Online-Aktivitäten der Rewe-Grufe jetzt voranzutreiben, genau und darüber bin ich halt auch mit dem Domain-Driven Design in Kontakt gekommen. Das ist das Produkt, was wir im Moment haben, das heißt, das größte Produkt ist im Moment, dass wir jetzt einen Lieferservice anbieten für Lebensmittel, das heißt, man bestellt im Web und kriegt die Sachen komplett mit Einhaltung der Kühlkette und so weiter nach Hause geliefert und ja, wir arbeiten da noch an viel mehr Neuerungen und ja, wer mal Interesse hat, schaut einfach mal rein. Gut, woher kommt Domain-Driven Design? Nein, wir fangen mal ganz früh an in den 60ern, es gibt dazu einen sehr, sehr schönen Talk von der DDD Europe, einer Domain-Driven Design-Konferenz, die es seit zwei Jahren gibt, da hatte hier der David West, der hatte da erzählt, wie quasi, wo Domain-Driven Design herkommt, wo es hingeht und so weiter und man sieht es ja auch an seinem Äußeren, der ist jetzt schon ein etwas älteres Semester, er weiß, wovon er redet und zumindest fing er damals an, bei einer Bank zu arbeiten, als Softwareentwickler und er war damals der erste reine Softwareentwickler, der in der Bank gearbeitet hat, sonst waren die ganzen Leute, die mit den Computern zu tun hatten, das waren Banker, die hatten sich halt das Computerwissen drauf geschafft, waren aber per Definition Banker, also vom Fach. Das heißt, als es damals angefangen hat, war es halt so, es gibt halt sehr viele Fachexperten und ein paar von denen sind halt auch Softwareexperten. Das heißt, es gab da noch nicht so etwas wie eine Trennung von diesen beiden Disziplinen. Das heißt, wer mit Computern zu tun hatte, kam vom Fach her und wusste auch, wie das alles so funktioniert. Im Laufe der Zeit ist es dann so, dass halt der IT-Sektor immer weiter wächst, wie auch der David West, der war halt der erste Nichtbanker in dieser Bank und wie gesagt, mit der Zeit konnten einfach die ganzen Fachexperten nicht mehr dieses ganze Softwareentwicklungs-Know-how oder überhaupt IT-Know-how abdecken und es hat dann halt so eine Spezialisierung eingesetzt und eine eigene Bewegung ist gestartet, die quasi unabhängig vom Fach dann sich um die technologischen Probleme gekümmert hat. Und das ist halt immer weitergegangen, immer weitergegangen. Technologie ist ja heute riesengroß und die Trennung ist halt unaufhörlich weitergegangen. Das heißt, Technologie und Fachwissen sind quasi schon getrennte Disziplinen, was natürlich auf der einen Seite gut und verständlich ist. Das heißt, es gibt ja sehr viele neue Herausforderungen, die auch von Experten bewältigt werden müssen. Auf der anderen Seite ist halt der Dialog schwerer geworden. Das heißt mal auf der einen Seite Experten, auf der anderen Seite Experten. Wie schafft man es, dass die trotzdem noch effektiv zusammenarbeiten? Denn dieses Auseinanderdriften hat halt auch sehr viele schlechte Symptome mit sich gebracht. Das heißt, die Softwarequalität war wirklich schlecht, wenn man mal 20 Jahre zurückblickt. Symptome, ich sag mal die Informatik ist entstanden. Das heißt, die Leute, die früher noch im Fach gearbeitet haben, die haben jetzt quasi nur noch Technologie gemacht. Die haben eigene Ausbildungszweige durchlaufen. Die haben quasi die Sache eher aus der technologischen Brille betrachtet und nicht mehr geschaut, wie wenden wir diese Sachen jetzt eigentlich in der Realität an, um Probleme zu lösen. Eine unglaubliche Professionalisierung ist eingetreten. Das heißt, es gibt jetzt Firmen, die nur noch Technologie machen und in gar keiner Domäne mehr verhaftet sind. Auf der anderen Seite hat man das natürlich zur Kenntnis genommen und gesehen, okay, IT ist jetzt sowas, was Eigenes. Das können wir uns dann einfach billigstmöglich dazukaufen. Das heißt, wir können das alles outsourcen nach Indien und die machen das alles für uns und wir können uns auf unser Fach konzentrieren und sind fein raus. Oder anderenfalls sagt man, die IT hat es wieder versaut und wir kämen ja so schnell voran, wenn es nicht diese IT gäbe und uns halt zurückhalten würde. Und wie gesagt, es ist eigentlich diesem Phänomen geschuldet, dass beide Disziplinen irgendwie auseinanderlaufen und nicht mehr miteinander sprechen. Das heißt, schlechte Software, schlechte Stimmung und wenig Fortschritt. Das kurz zur Exposition. Also da standen wir so vor 20 Jahren. Jetzt schauen wir mal, wo das Domain-Driven-Design da aufgepoppt ist. Das heißt, irgendwie war das Bedürfnis da, dass diese beiden Seiten ja doch wieder so zusammenfinden müssen und da die Entfremdung etwas zurückgedreht wird. Und um diese Zeit sind halt sehr viele Disziplinen entstanden, die das ganze Problem aus einer unterschiedlichen Perspektive betrachtet haben. Das heißt, zum Beispiel die Software-Leute haben sich gedacht, wir können das Problem schlechter Software lösen, indem wir einfach bessere Software schreiben. Das heißt, hat sich die Software-Craftsmanship-Community gebildet, die halt Wert darauf legen, handwerklich guten Code zu schreiben und versucht haben, das Problem eher technisch zu lösen. Also ein valider Ansatz, will das nicht schlechtreden, aber es ist halt sehr stark aus der Technologiebrille gesehen. Extreme Programming geht schon ein bisschen mehr so in die Fachrichtung, weil ja auch das ganze Continuous Deployment und so weiter da mitkam. Aber trotzdem ist halt hier auch so die Sache, wir wollen vielleicht eher testgetrieben und eher das Entwickler untereinander pairen, aber nicht pairen mit den Fachexperten. Also die Entwickler können gerne pairen, aber nicht auch die Fachexperten. Genau, und andere Sachen wie zum Beispiel Scrum, wo es dann eher darum geht, was haben wir denn für ein Framework, wie wir zusammenarbeiten, welche Meetings gibt es da vielleicht, welche Artefakte werden da gepflegt. Das heißt, das bringt schon mal die Fachseite und die Software-Seite irgendwie zusammen, aber es regelt gar nicht, wie die wirklich zusammenarbeiten sollen. Genau, und auch hier zum Beispiel Lean Startup, das sagt halt eher, okay, wir haben schlechte Software, wir müssen einfach schauen, dass wir flexibler werden, wir müssen schneller neue Produkte bauen, also MVP und Pivot sind ja so Begriffe, die aus der Ecke kommen, die das Ganze halt dann sehr aus der Fachseite betrachten. Ja, und auch Kanban, was halt eher so aus der Fertigung kommt, wo halt auch eher geschaut wird, ja, wir haben schlechte Software, wir müssen einfach schauen, dass wir vielleicht unseren Durchfluss der Entwicklung schneller machen. Das heißt, das sind alles so Ideen, die im Prinzip dieses eine Problem lösen wollen. Genau, und einer dieser Strömungen ist halt auch das Domain-Driven-Design, was ich euch jetzt mal in den Grundzügen ein bisschen näher vorstellen will, denn beim Domain-Driven-Design, da sagt man eher, okay, wir haben die Fachseite und wir haben die Software-Seite, vielleicht müssen die beiden einfach mal zusammenarbeiten, also nicht nur zusammen in Meetings sitzen, sondern wirklich zusammenarbeiten. Genau, entstanden ist das 2004. Der Eric Evans hat das bahnbrechende Buch damals geschrieben, das gilt immer noch so als der Meilenstein des Domain-Driven-Designs, heute etwas schwieriger zu lesen, komme ich gleich nochmal darauf zu, warum, aber von den Ideen her ist das ein super originelles Buch und auch heute noch mit Abstrichen lesenswert. Ich will euch jetzt mal kurz das kleine Einmaleins des Domain-Driven-Designs nahebringen. Wer von euch kennt Domain-Driven-Design schon? Wer verwendet das so im Alltag? Cool. Also ich habe jetzt mal drei Aspekte rausgesucht, die mir besonders wichtig sind, rüberzubringen. Das heißt erstmal, namensgebend ist ja schon die Domain, also die Domäne. Was ist das eigentlich genau? Das bezeichnet die Fachlogik und die Fachlichkeit eines Geschäftsfelds oder halt auch das Anwendungsgebiet und der Einsatzbereich einer Software. Also welche Probleme will man eigentlich lösen mit einer Software? Um nochmal auf die Rewe zurückzukommen, das heißt wir haben quasi das Problem, wir haben hier Kunden, wir haben hier Waren. Wie schaffen wir das, dass der Kunde mit den Waren nach Hause geht? Das ist unser großes Problem. Das Domain-Model ist eigentlich so der Clou, wo quasi die Zusammenarbeit stattfindet zwischen Fachexperten und Softwareexperten. Die Idee ist folgende. Ich habe quasi hier meine Fachexperten, ich habe hier meine Softwareexperten und wir müssen es quasi schaffen, aus der komplexen Domäne, aus diesem komplexen Anwendungsgebiet ein Modell zu extrahieren, was reduziert ist und von der Komplexität eher klein ist, was ich auch dann eben gut umsetzen kann in ein Modell, was ich in Code übersetzen kann. Das heißt, ich muss erstmal schauen, welche Sachen aus meiner Domäne möchte ich überhaupt modellieren, damit ich sie halt in Code abbilden kann. Wie jetzt so ein Domain-Model aussieht, ist jetzt relativ frei. Das heißt, es können jetzt UML-Diagramme sein, es könnte jetzt einfach Text sein. Es geht halt einfach darum, dass man ein gemeinsames Verständnis schafft. Wenn man jetzt sehr technikaffine Fachleute hat, könnte das auch Code sein von mir aus. Wichtig ist halt nur, dass es an einer Stelle gekapselt ist und wie gesagt, die Intention rüberbringt. Genau, das zum Domain-Model. Und das etwas sperrige Wort hier, das ist die Ubiquitous Language. Man könnte das mit ubiquitäre Sprache übersetzen, was es jetzt nicht besser macht. Ubiquitär heißt sozusagen allgegenwärtig. Also wichtig ist, dass man eine Sprache hat, mit der man quasi das Domain-Model beschreibt. Das heißt, man verhindert jetzt nicht irgendwelche Begriffe, die einem so einfallen, sondern man versucht, eine Sprache zu finden, die aus der Domäne kommt und mit dieser Sprache das Modell zu beschreiben, damit eben Fachexperten und Softwareexperten dieselbe Sprache sprechen. Und dass die Ubiquitous Language einen großen Einfluss hat und das quasi so der Kern auch des Domain-Driven Design ist, zeigt, dass zum Beispiel der Eric Evans sich als Domain-Linguist bezeichnet. Also die Sprache ist ein sehr großer Bestandteil eben des DDD. Sowas kennt man vielleicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so klein von der Schrift her. Die Welt, wie sie von einem objektorientierten Programmierer gesehen wird. Da gibt es hier zum Beispiel den Entertainment-Provider Singleton oder das Glas Wasser ist der Thirst-Quenture-Container oder das Peephole hier ist der Visitor-Monitory-Interface oder am besten das Sofa ist der Multi-Bud-Supporter. Das sollte jedem, man lacht, man kennt das aus dem Alltag. Gerade wenn man so aus der Java-Welt kommt, begegnet das einem doch immer noch sehr häufig und das kommt aus keiner Domäne. Das sind jetzt Kunstwörter, die aus irgendwelchen Patterns kommen, aus irgendwelchen Konventionen und so weiter. Das sollte man sich halt irgendwie abschminken, sowas in Modellen zu verwenden, weil das die Fachseite natürlich überhaupt nicht versteht, sowas. Also wie gesagt, wenn man sowas als Domain hätte, wäre das das TV, das wäre das Sofa, das Peephole, das Bild, das, wie heißt das Rollo, was sagt man sowas, Jalousie. Habe ich noch gescheite Notizen dazu? Ja, wie gesagt, das Wichtige ist halt eben, dass die allgegenwärtige Sprache ist, die dann auch das Domain-Modell beschreibt. Das sind die drei Punkte. Ich mache mal ein kurzes Beispiel, einen Exkurs. Wir gehen mal eine Domäne, die an sich schon relativ abstrakt ist, das ist das Schach. Wir vergessen jetzt mal kurz die Schachregeln, die wir jetzt so kennen und stellen uns mal vor, die sind nirgendwo aufgeschrieben, die Schachregeln und wir haben gehört, es gibt dieses coole neue Spiel Schach und wir würden das gerne mal modellieren. Und da gehen wir mal zu einem Schachexperten hin, der das wohl kennt und für den das dann alles klar ist und wir als Entwickler kennen das halt überhaupt nicht. Dann fängt man halt an zu modellieren. Dann sagt man hier, ich würde gerne mal so ein Schachspiel machen. Dann sagt halt der Fachexperte, das heißt, es ist kein Spiel, wir spielen immer eine Partie Schach. Also Partie ist schon mal eine Sache, die man modellieren möchte. Okay, man spielt das hier wohl auf diesem Viereck da. Ja, das ist das Brett, ist das Schachbrett. Und dieses Muster, was da drauf ist, wie nennt man das? Ist das wichtig oder ist das nur Dekoration? Nee, das sind die Felder, die sind sehr wichtig. Warum sind diese Felder wichtig? Man sieht es ja schon, dass da so Buchstaben und Zahlen dran stehen. A, A bis H und 1 bis 8. Das heißt, wofür macht man das? Ja, ich will die Felder natürlich genau identifizieren können. Okay, dann kommt das in ein Modell rein. Das heißt, ich habe jetzt eine Partie. Eine Partie besteht aus einem Brett und das sind irgendwie Felder auf dem Brett. Klingt soweit ganz gut. Ja, und da stehen ja so komische Püppchen drauf auf dem Brett. Haben die irgendeinen Sinn? Oder ja, das sind keine Püppchen, das sind Figuren, nennen wir das. Und also die können da draufstehen, vielleicht auch nicht. Und die haben auch Namen. Es gibt zum Beispiel hier, oh, das ist so ein kleines Pony. Was ist das? Nee, das ist ein Springer, nennen wir das. Und so fließt halt so die ubiquitäre Sprache langsam in das Modell rein. Und wir bilden das halt in einem Modell ab. Mein Fehler. Genau. Und so geht es halt weiter. Man könnte fragen, oh, wer fängt denn jetzt an bei dem Spiel? Der jüngste Mitspieler? Oder nee, es fällt immer der mit dem weißen Stein an. Ja, und bewegen die sich auch? Ja, ich kann jede Figur eine bestimmte Gangart bewegen. Also Gangart ist dann auch was, was im Schach wichtig ist. Und so habe ich vielleicht schon mal eine Struktur geschaffen. Und jetzt, okay, die Figuren, da stehen jetzt alle auf dem Brett rum. Ist das gewollt, dass die so da stehen? Dann sagt man, ja, das nennt sich die Grundstellung. Dann denkt man, ah, ich könnte das hier mal zusammenfassen, die Sachen, die ich hier habe, das ist dann wahrscheinlich sowas wie eine Stellung. Und der Default ist dann eine Grundstellung. Und all die Sachen, die ich eben hier aufschreibe, das sind halt Sachen, die ich vielleicht später aus diesem Modell als Objekte modellieren kann und so quasi eine 1 zu 1 Übersetzung habe von dem Modell. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur sowas, dass ich hier mir die Nomen raussuche und die quasi als Objekte machen, sondern ich müsste auch wissen hier, die können jetzt irgendwas machen, die Spieler. Zum Beispiel zielen. Das ist ja wichtig. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur ziehen, sondern ich kann jetzt nicht nur sagen, die Figur zieht von Feld A nach Feld B, sondern ich denke, okay, die drei Sachen gehören ja irgendwie zusammen. Ich modelliere das mal als ein Zugobjekt zum Beispiel. Und so findet man eben mit dem Fachexperten zusammen immer bessere Begriffe für die Konzepte, die es eben gibt in der Domäne und kann die da zusammenfassen. Genau, so Sachen wie jetzt PAD, Matrimi, ist alles schöne Sachen. Natürlich, man muss jetzt nicht das ganze Schach abbilden, wie es ist, sondern man kann sich die Sachen raussuchen, die für die eigene Implementation halt wichtig sind. Das heißt, sowas wie eine Bedenkzeit oder eine Schachruhe brauche ich vielleicht gar nicht, wenn ich ein einfaches Schachspiel modellieren möchte. Das kann ich einfach weglassen. Das ist dann Teil der Domäne, aber nicht Teil meines Domainmodels. Auch so Sachen hier aufgeben, Remi anbieten, ganze Spielanalyse, Begriffe, kann ich alles ignorieren, wenn ich einfach nur ein ganz triviales Schachspiel modellieren möchte. Genau. Ein anderer wichtiger Bestandteil ist des Modellierens, dass ich halt schauen muss, dass ich mein Modell vor ungewollten Veränderungen schütze. Das heißt, ich will halt vermeiden, dass halt irgendwie jetzt ein ungültiger Zustand auf meinem Brett da erscheint, dass da irgendwie drei Könige stehen oder sowas. Das heißt, ich muss halt Sorge dafür tragen, dass in dem Modell bestimmte Invarianten greifen, die dafür sorgen, dass es immer ein konsistenter Zustand ist. Das heißt, die Figuren dürfen sich nur der entsprechenden Gangart bewegen. Dann wäre das zum Beispiel, oder der eigene König darf nicht ins Schach geraten. Das heißt, ich würde halt in meiner Zug-Ziehen-Methode quasi eine Funktion aufrufen, die halt genau das prüft und die heißt dann eben, genau so ist der eigene König in Schach oder sowas. Dass man das auch als Fachexperte noch begreifen kann. Genau. Also wir haben quasi die Begriffe, wir extrahieren aus der Domäne ein Modell. Wir wollen das Modell in semantischen Code überführen und wir wollen das Modell schützen vor ungewollten Veränderungen. Diese drei Sachen sollten aus dem Beispiel hervorgegangen sein. Genau. Zeit für einen Schluck Wasser. Also nochmal zu rekapitulieren. Domäne ist das Anwendungsgebiet, das Fachgebiet, die Fachlogik. Das Domänenmodell ist die Reduktion, die Abstraktion der Domäne auf meinen Anwendungsfall. Und die ubiquitäre Sprache ist halt die Sprache, die halt genau dieses Domänenmodell beschreibt. Gut. Wie war das denn jetzt, Anfang der 2000er? Wir hatten noch immer noch diese Situation, dass quasi Software-Experten, Fachexperten sind voneinander entfremdet. Wir haben die ganzen Disziplinen, die da aufpoppen und versuchen, diese Entfremdung zu heilen. Und gewonnen hat so der Agile-Komplex, würde ich sagen. Das heißt, das ist das, was sich auch durchgesetzt hat irgendwie und auch mal in der Fachwelt irgendwie Einzug gehalten hat. Das heißt, das kennt man jetzt irgendwie agil. Insbesondere Scrum, das ist halt sehr enterprisig geworden. Und die anderen Disziplinen sind da vielleicht so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich will das auch nicht schlechtreden, also das sind schon gute Sachen, die das mit sich bringt, das ganze Agile und das Scrum. Es ist halt so ein bisschen entartet, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Und man sollte vielleicht sich mal wieder so auf die Wurzeln besinnen. Und DDD ist davon vielleicht eine Disziplin, die der ersten Welle des Agilen leider nicht mitgekommen ist. Das heißt, ich komme mal auf das Buch zurück von dem Eric Evans. Das war leider so, das sagt er heute auch selbst, dass er leider eher die Kapitel falschrum beschrieben hat. Das heißt, die spannenden Sachen, die sind so Kapitel 14, 15 und die ganzen, also die strategischen Patterns, nennt er das, und die eher für Entwickler interessanten Sachen, also wie man jetzt wirklich, also Building Blocks nennt er das, wie ich jetzt wirklich das in Code abbilde. Das sind halt fünf Kapitel direkt am Anfang und da liest man dann drei von. Und hat jemand das Buch gelesen hier im Publikum? Oder auch durchgelesen? Ach, ich sehe es schon hier. Naja, man lernt erstaunlich viele Leute kennen, die das mal so angelesen haben und dann so ungefähr wissen, was es ist, aber halt den Schluss dann nicht kennen. Und wie gesagt, der ist das halt leider in so eine Technologie-Ecke gerutscht und hat da nicht die große Anhängerschaft gefunden. Also das war das Domain-Driven-Design bis so 2005, würde ich sagen. Und was seitdem passiert ist, zeige ich euch in dem letzten Abschnitt. Achso, falls Fragen übrigens sind, man kann mich jederzeit unterbrechen. Jederzeit. Sehr gerne. Du hast gesagt, wenn er meint, dass er es schlecht gemacht hat, dass er die interessanten Sachen nach hinten gesteckt hat. Ja. Ich würde eher sagen, wenn man 16 Seiten Scrum-Welt hat und 700 Seiten DVD, ist detaillend klar. Das stimmt natürlich. Also wie gesagt, nicht zuletzt hat das ja gewonnen, das Scrum. Also es ist einfach eine schlechte Präsentation. Also Domain-Driven-Design ist eigentlich eine ganz einfache Sache, aber man kann sie natürlich auch sehr kompliziert erklären. Ja? Ich habe da andere Antworten zu sagen, ich kenne das Thema, ich kenne das Begriff nicht, aber ich habe es in meinem Studium in den 80er Jahren gehabt, wo es noch Kreishofer-Engineering als Fachbegriff da oben ist. Ja, großartig. Wenn man ein Problem-Domain hat, also Problem-Space-Solutions, genau. Das ist dann schon mal so, das ist schon gegen das uraltes Wissen. Genau. Ja, das ist halt fehlt so das Meme irgendwie, was das irgendwie so in die Masse transportiert. Ja, guter Kommentar. Dankeschön. Ich finde, dass Scrum halt sehr stark prozessorientiert ist. Das heißt, das regelt halt sehr wenig, wie man jetzt wirklich zusammenarbeitet. Oder das regelt eher so das Drumherum, dass ich die Artefakte habe, wie so ein Backlog zum Beispiel, welche Meetings ich haben soll, wer da drin sitzen soll. Aber das regelt jetzt nicht genau, wie die Arbeit aussieht, die da drin gemacht wird, in diesen Meetings. Wie gesagt, ich finde halt schon, es sind halt keine Sachen, die unbedingt konkurrieren, sondern sich vielleicht ergänzen. Und es wird im Moment eher etwas monothematisch ausgelegt, so wie ich es in der Branche kenne. Also ich finde schon, dass der Modellierungsaspekt eher nochmal ein bisschen nach vorne kommen sollte und DDD ist vielleicht eine Art, das zu tun. So würde ich das sehen. Gut. Okay. Oh, Entschuldigung. Ich fange sofort damit an. Entschuldigung, ja. Ich sehe sogar eher andersrum, wenn man dieses Problem-Space allein nicht betreibt und automatischen Schreckensprodukt kommt, man kann die Umkehrung so da passen, wo man tut. Ja. Also, ich bin hier so vorsichtig. Aber, also, ich sehe auch, wenn ich mal ein bisschen das ist, wenn ich sage, wenn es dann widerspricht. Ja, nee, nee, das auf keinen Fall. Genau. Das wollte ich auch nicht sagen. Also, die Sache war, dass DDD und Scrum sich natürlich ergänzen und nicht widersprechen. Bin ich absolut dabei. Wie gesagt, es sind halt viele Sachen, die ein ähnliches Problem lösen wollen, mit unterschiedlicher Perspektive und auch unterschiedliche Ansätze bringen. Man müsste halt eher versuchen, das nochmal durch einen Wolf zu drehen und da noch was Besseres rauszubringen. Denn, wie gesagt, der Einwand kann mir eben auch, die Sachen sind halt schon alt, das Wissen ist alles da und man sollte sich da nicht auf einzelne Disziplinen versteifen, die vielleicht gerade hip sind, sondern den Werkzeugkasten gerne erweitern. Gut. Ich mache mal weiter, was seitdem passiert ist. Wie gesagt, wir haben jetzt diesen großen Agile-Komplex, der dazugekommen ist. Die Frage ist jetzt, ist DDD, so wie es inzwischen interpretiert wird, vielleicht was helfen kann, die ganzen Sachen, Software-Experten, Fach-Experten und auch das Agile so ein bisschen zusammen wiederzubringen. Das heißt, sich wirklich als eine agile Disziplin darzustellen, die es wert ist, jetzt nochmal verwendet zu werden. Dazu habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Das heißt, das erste ist der Bounded Context und das zweite ist das Konzept von Domain-Events. Bounded Context sind doch was, was in dem Buch von Eric Evans vorkommt, leider weiter hinten. Wir haben ja das Beispiel hier von der Rewe gehabt, also was muss ich wirklich tun, um dem Kunden warm zu bringen. Das ist natürlich nicht ein großes Problem, was wir haben, sondern in Wahrheit haben wir viele, viele kleine Probleme, die wir da auf dem Weg lösen müssen. Das könnte man jetzt als Subdomain zum Beispiel betrachten. Genau, und jetzt kommt hier die Folie, auch du hast es eben angesprochen. Ich habe hier quasi die Unterscheidung zwischen Problemraum und Lösungsraum. Das heißt, meine Subdomänen sind quasi der Problemraum, also die Fachsicht auf das Ganze, während dann der Bounded Context den Lösungsraum beschreibt, also wie ich quasi diese Probleme, die in den Subdomänen gefasst sind, dann in Software gieße und dann eben in einem Kontext eben umsetze. Genau, das Ganze sieht wie folgt aus. Man sieht hier die gestrichelten Linien, die immer die Domängrenzen beschreiben und man sieht darüber gelegt in den durchgezogenen Linien die Kontext. Also das sind wirklich die Softwareprodukte. Also hier sowas Großes, das wäre dann irgendwie ein fettes Legacy-System, was irgendwie drei Domänen abdeckt und in dem Sinn muss ich quasi, wenn ich hier was mache, immer mit drei Parteien reden und da Änderungen absprechen zum Beispiel und vielleicht auch mit drei Entwicklerteams reden oder mit drei Fachabteilungen sprechen. Wichtig ist jetzt, der Bounded Context ist halt insofern Bounded, dass ich quasi für jeden Kontext mir so ein Domain-Modell überlege, das ich quasi in dem Bounded-Kontext anwende und auch natürlich dann quasi, weil ja eine ubiquitäre Sprache immer ein Domain-Modell betrifft, habe ich halt quasi pro Bounded-Kontext immer ein Domain-Modell, was durch eine ubiquitäre Sprache beschrieben wird. Das heißt, die Sprache ist halt wirklich kontextabhängig. Genau, und wenn man das jetzt wirklich auf die Spitze treiben würde und dann würden Problemraum und Lösungsraum natürlich sich sehr schön überlappen. Das heißt, ich hätte das fachliche Problem eins zu eins in eine technische Lösung übersetzt und ich hätte genau die Zuordnung von Fachexperten zu Softwareexperten. Genau, in der Realität ist das leider selten der Fall. Eine Modularisierungsstruktur, wie meinst du das? Es geht um Dekomposition. Ja. Ist das auch für Dekomposition gedacht? Das ist natürlich eine Art von Dekomposition. Ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt etwas... Achso, es gibt ein Artikel von Braun aus 1967. Okay. Und der befreit sich wieder auf Frage, wie man optimale Dekomposition vorhat. Und da gibt es zwei einfache Grundregeln. Ein Modul, das ist ja von Berners, ist optimal gestaltet und eine Modularisierung des Moduls, die hohen und inneren Zusammenhang hat und die Schnittstellen zwischen den Modulen so dünn wie möglich sind. Ja. Die beiden einfachen Grundregeln. Meines Erachtens ist das komplette Softwareengineering. Ja. Was es überhaupt gibt, eine Folge dieser beiden einfachen Regeln. Ja, das würde ich genauso sehen. Also es ist schon eine Art Modularisierung. Das heißt, ich muss quasi so ein konzeptuelles Ganzes irgendwie finden, was ich zusammenfasse. Und ich muss das irgendwie weghalten von allem, was das irgendwie verwässert oder stört. Und wie gesagt, sehr hohe Kohäsion und eine sehr geringe Schnittstellenmenge, die halt dann auch wohl definiert ist und auch ist vor Korruption schützt. Das wäre erstmal alles, was ich dazu sagen will. Genau. Wie wäre das denn jetzt? Natürlich will ich in einer sehr großen, verteilten Anwendung auch mal Konzepte betrachten, die jetzt vielleicht nicht in meinem Kontext liegen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier bei Rewe Waren ausliefern will, muss ich natürlich wissen, was hat der Kunde am Anfang für eine Adresse eingegeben zum Beispiel. Das heißt, ich muss halt schauen, wie übersetze ich jetzt Sachen aus dem einen Kontext in den anderen Kontext. Also hier wieder die Sprache. Das heißt, ich übersetze quasi von der einen in die andere. Ich habe hier mal ein Beispiel mit sehr kleiner Schrift. Bei Rewe haben wir zum Beispiel hier am Anfang so einen Customer Data Service, der halt Kundendaten verwaltet. Das sind halt Sachen, die der Kunde in seinem Konto zum Beispiel eintippt. Und natürlich gibt es hier unten zum Beispiel so etwas wie einen Checkout-Service, was der dafür sorgt, dass halt die Sachen, oh, das Checkout-Service ist vielleicht kein gutes Beispiel, vielleicht sagen wir eher der Delivery-Service, der es die Sachen an den Kunden ausliefert. Für den sind natürlich jetzt ganz andere Sachen, ganz andere Attribute des Kunden interessant, als jetzt vielleicht für das Kundenkonto. Das heißt, das Kundenkonto hat vielleicht hier viel mehr Sachen, wie zum Beispiel die Payback-Nummer, die er da eingegeben hat. Hier unten interessiert mich keine Payback-Nummer von einem Kunden. Das heißt, im Übersetzungsschritt kann ich quasi die Sache einfach fallen lassen. Andere Sache, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Lieferadresse hier habe, die will ich natürlich übersetzen. Ich kann die natürlich dann hier noch anreichern, dass ich sage, ich will zu der Lieferadresse jetzt noch eine Geokoordinate ermitteln, damit der Lieferfahrer weiß, wo er dann genau hinfahren muss. Das heißt, dann so kann ich quasi gewährleisten, dass ich Kunden vielleicht nur in dem System anlegen kann. Ich kann sie aber trotzdem hier auf eine Queue zum Beispiel legen und noch in anderen Kontexten dann irgendwie interpretieren. Genau, das wäre so der Bound-Context. Ich komme jetzt zur Sache, die nennt sich Conway's Law. Das muss in jedem DDD-Vortrag einmal erwähnt werden, sonst ist es kein DDD-Vortrag. Hier ist die Slide und die Aussage ist relativ banal. Das heißt, dass Software oder Architekturen quasi immer dem Muster folgen, wie halt die Leute organisiert sind, die quasi diese Systeme erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Team habe hier und ein Team in Australien und sage denen, baut bitte eine Software, sind das nachher zwei verschiedene Systeme, die über eine API miteinander sprechen. Einfach, weil die Leute genauso miteinander arbeiten. Die haben dann vielleicht ihren IST-Kanal, über den die reden und die Software redet dann über eine Restschnittstelle oder über eine Queue oder wie auch immer. Und ja, dieses Muster kann man eben sehr gut verfolgen und man kann sich das natürlich in dem DDD jetzt zunutze machen, dass man sagt, ich betrachte gar nicht den Weg so rum, sondern sage einfach, was ist da meine Zielarchitektur, also schön verteilt mit separaten Kontexten und dann baue ich quasi einfach meine Teams so, dass sie dieser Struktur genügen. Also quasi so eine Umkehrung des Conversion Laws. Habe ich da ein Beispiel? Ja, bei Rewe zum Beispiel. Wir hatten halt angefangen mit einem fetten Monolithen, den hatten zwei Teams betreut. Dann kam ein Architekt hier dabei, finde den Fehler. Und dann haben wir eben angefangen mit dem Konzept von Squads und Microservices. Das heißt, wir haben angefangen mit Squads sozusagen abzubilden, dass wir einzelne Subdomänen auf Teams zusammenfassen und denen auch einzelne Services geben, die quasi fachlich geschnitten sind. Genau, das treiben wir jetzt immer weiter, immer weiter. Das heißt, man findet hier immer mehr diese Dekomposition, die man jetzt in der Domäne hat, die man in der Software hat, auch in den Teams wieder. Genau, das heißt, im Moment haben wir so diese vier fachlichen Säulen quasi. Das heißt, der Kunde kommt auf die Seite und soll auf der Seite bleiben. Der kann Sachen suchen und finden. Der kann hier seinen Warenkorb voll machen und hier dann quasi den Checkout durchlaufen und will die Sachen bezahlen und so weiter. Und eben im letzten Schritt kriegt er die Sachen nach Hause geliefert. Und so haben wir eben vier Domänen. Wir haben vier verschiedene Systeme, sage ich mal, und vier verschiedene Squads, die dann wieder einzelne Teams haben, die sich um diese Sachen kümmern. Genau, also das ist das Converse Law. Das heißt, ich kann es anwenden, um quasi nicht nur Fachlichkeit und Software zu skalieren, sondern auch die Teams, die das eben betreuen. Ich riskiere gerade mal einen Blick auf die Uhr. Oh, okay. Wir sind aber ganz gut in der Zeit. Self-Content Systems. Kennt den Begriff jemand? Ja, cool. Sehr schön. Drei Hände. Finde ich gut. Was sind Self-Content Systems? Es ist ja so, dass man früher mal gedacht hat, es wäre eine gute Idee, Software technologisch zu schneiden. Das heißt, man packt alle Views in ein Paket oder alle Repositories in ein Paket und so weiter. Was natürlich auch damals vielleicht den Vorteil hatte, ich habe hier alle meine Datenbank-Experten, die hier bei den Repositories arbeiten, und hier meine Frontendler, die mir schöne Views bauen. Da hat sich ja auch irgendwo eine Existenzberechtigung gehabt, das so zu schneiden. Inzwischen geht der Trend eher dahin, dass man es doch wieder fachlich schneidet, also eher vertikal statt horizontal. Das heißt, hier bei Rewe zum Beispiel gibt es hier Orders und Products, und ich habe dann in dem Orders-Kontext quasi View, Controller, Model und Repository drin. Genau, Self-Contained-System, wo kommt der Begriff her? Das ist so eine Art von, wie man Microservices interpretieren kann. Microservices sind ja in aller Munde, nur meint irgendwie jeder was anderes damit. Das ist halt ein sehr schwammiger Begriff, und man kann das sehr, sehr schwer erfassen, und wenn man darüber spricht, kommt es halt auch zu Missverständnissen und so weiter. Und es gibt so eine deutsche Beraterfirma, die heißt InnoQ. Da sind einige renommierte Leute drin, wie zum Beispiel der Stefan Tilfkopf und so weiter. Und die haben halt die Idee von diesen Self-Contained-Systems aus ihrer Beratungstätigkeit refined und gesagt, wir definieren uns einfach mal eine bestimmte Interpretation vom Microservice für dieses Szenario, was wir bei unseren Kunden am häufigsten sehen. Wie sieht das aus? Die Skalierung, wie eben schon angesprochen, ich sage quasi, ein Self-Contained-System wie hier, das darf nur von einem Team betreut werden. Das heißt, ich habe nicht zwei Teams, die in einem System irgendwie rummangeln und sich gegenseitig blockieren, sondern es gibt immer nur ein Team, was in einem SCS Änderungen machen darf. Gut, andersherum kann ich natürlich sagen, ein Team kann natürlich beliebig viele SCS betreuen. Das will ich nicht ausschließen, aber die wichtige Regel ist halt, dass jeder SCS von genau einem Team betreut wird. Genau. Des Weiteren kann man sehr schön abbilden, dass man sagt, ein SCS, was ja quasi ein technologischer Schnitt ist, entspricht eins zu eins einem Bound-Context, also quasi der Übersetzung von der Subdomäne in ein SCS. Das heißt, ich kann das sehr schön eins zu eins vom Konzept her zusammenfassen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, dass ich quasi mit dem SCS ein Konzept in der Technologie habe, mit dem ich eins zu eins Bound-Context implementieren kann. Genau. Und das Wichtigste natürlich, ich verteile meine Fachlogik nicht über alle Kontexte hinweg, sondern ich sage, jeder SCS hat quasi einen Kontext und auch sein Stück der Subdomäne dementsprechend. Vielleicht nochmal, um es etwas schärfer zu Microservices abzugrenzen. Man hat natürlich, oder die Größe von einem Microservice, das sagt ja schon der Name, Micro ist natürlich deutlich kleiner als die Größe von einem Self-Content-System. Da kann jetzt schon noch mehr drinstecken. Und ich habe auch von der Anzahl natürlich mehr Microservices als Self-Content-Systems. Das heißt, ein Self-Content-Systems kann auch eine Mehrzahl an Microservices beinhalten. Genau. Wichtig sollte sein, dass die halt nicht synchron miteinander kommunizieren. Ganz einfach aus dem Grund, wenn jetzt der den fragt, der fragt den, der fragt den und den und den und den und dann geht hier hinten immer was kaputt und dann ist halt die ganze Kette im Eimer und ich kriege es vielleicht noch nicht mal mit. Und es dauert halt super lange. Genau. Und auch noch wichtig, dass ich sage, wenn ich verschiedene Kontexte, verschiedene Self-Content-Systems integrieren möchte, dann mache ich das auf der UI-Ebene. Das heißt, jeder meiner Self-Content-Systems hat quasi eine UI vorne und die kann ich dann eben zusammen integrieren, wenn ich das möchte. Das heißt, es geht dann nicht, dass die auf der Server-Seite unten miteinander sprechen und da irgendwie der Austausch stattfindet, sondern jeder macht halt seinen View fertig und die werden dann einfach zusammengestöpselt. Genau, das kann man auch mal nachlesen. Auf der, das ist so eine Seite, die halt von InnoQ gemacht ist und da ist der Unterschied eigentlich ganz schön dargestellt. Genau, also wir nutzen das bei Rewe sehr intensiv und das bewährt sich eigentlich auch, wenn man mal so ein bisschen auch hört, was die von InnoQ dazu sagen, die bewerben das als so eine Art Meeting-Vermeidungsstrategie. Das heißt, man hat dadurch eine sehr schöne Skalierung eben, dass man sagt, die Software-Leute, die haben halt quasi diesen Kontext, die reden nur mit diesen Fahrexperten und die haben halt quasi nur diese Software-Komponente, die sie betreuen müssen und wenn ich da Änderungen machen will, ist das halt immer ein sehr begrenzter Personenkreis und ich muss halt nicht die halbe Firma involvieren, wenn ich mal was ändern möchte. Wir können gerne noch mal Fragen einlegen zu dem ersten Bereich, wenn das gewünscht ist. Ja, sehr gerne. Diese hier? Ja. 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 Ich glaube, das ist ein ungewösses Problem und ich kenne keine ordentliche Lösung für. Ja. Also was lohnt man denn, wie geht man denn damit umgehen? Also wenn ich es richtig verstanden habe, die Idee finde ich eigentlich sehr schön, von dem kathesischen Produkt zu sprechen, weil ich ja quasi technologisch diese Konzepte habe und fachlich diese Produkte. Ja, die Frage ist quasi, dass die fachliche Sicht ist natürlich diese hier, die technologische Sicht ist eher diese hier, man spannt damit ja quasi ein kathesisches Produkt auf und die Frage ist, wie man das in DDD abbilden kann, wenn ich es richtig verstanden habe oder wie? Es gibt auch Probleme, die tatsächlich fachlich sind. Ja. Aber intrinsisch. Ja. Zum Beispiel die Haare. Ach so, okay. Also es heißt, es gibt Probleme, die halt nicht nur fachlich sind, sondern technische Probleme. ich denke, der Übergang ist natürlich da, dass ich halt auch irgendwann Technologie als meine Domäne irgendwo habe, wenn ich so tief da reingehe. Und wie gesagt, man hat ja jetzt auch nicht so die Silver Bullet Lösung, wo man sagt, das ist es jetzt. Also man muss das schon, finde ich, abwägen. und wie gesagt, DDD ist ja jetzt auch kein Rezept, dem man jetzt folgt. Das ist eine Empfehlung und Perfektion ist da nichts, was man irgendwie anstreben kann und Ausnahmen wird man da immer haben. Ich befürchte, das ist jetzt für dich keine befriedigende Antwort. Ansonsten würde ich sagen, lass uns doch vielleicht danach nochmal drüber sprechen, sonst komme ich, glaube ich, mit meiner Zeit irgendwie in Bedrängnis. Aber finde ich spannend. Genau, denn wir wollen noch über die Domain-Events sprechen, was fast noch das spannendere Konzept ist. Hast du jetzt verrutscht? Meine Fohlen sind verrutscht. Egal. Genau, was ist ein Domain-Event? Ein Domain-Event ist ein Fakt, also ein unveränderbarer Fakt aus der Vergangenheit, der halt für Domain-Experten von Interesse ist. Das heißt, es ist irgendetwas passiert in meiner Domain, zum Beispiel eine Bestellung ist eingegangen oder ein Kunde hat seine Lieferadresse geändert oder irgendwas. Das sind halt Sachen, die mich als Domain-Experten vielleicht interessieren würden. Und es ist interessant, mal zu betrachten, wenn ich modelliere, aus so einer Eventsicht heraus, was dann passiert. Denn manche Domänen eignen sich vielleicht besser dafür, eher aus Eventsicht modelliert zu werden. Ich habe mal wieder dieses Schachbeispiel, weil es halt hier sehr schön passt. Wir hatten ja vorher schon das Konzept hier der Stellung gehabt. Wie kann ich eine Stellung modellieren im Schach? Ich kann zum Beispiel sagen, ich speichere mir einfach die aktuelle Stellung immer ab. Das heißt, ich mache einen Zug, das Brett sieht so aus und ich speichere den aktuellen Zustand des Bretts einfach ab. Und da gibt es zum Beispiel hier so eine Notation, die nennt sich Four Thighs AdWords Notation. Das ist dann hier so ein langer String. Das hat hier zum Beispiel drei leere Felder, dann steht da ein Bishop, dann habe ich zwei leere Felder, dann steht da ein Rook und ein King, also die oberste Zeile. Und so kann ich quasi alle acht Zeilen hier durchgehen und habe dann quasi den aktuellen Zustand meines Brettes damit modelliert. Was jetzt halt schwierig ist, wenn ich zum Beispiel sagen will, ich würde jetzt gerne einen Zug rückgängig machen. Ich sehe hier raus nicht mehr, was jetzt der letzte Zug war zum Beispiel. Ich will nicht sehen, wie das Brett aussieht und so weiter, aber kann ich erkennen, was jetzt der letzte Zug war. Und bei so einer Domäne ist es dann vielleicht ganz schön zu sagen, dann modelliere ich das mit Events. Das heißt, ich kann ja meine Stellung aus der Historie aller Züge immer zusammensetzen. Das heißt, ich kann nochmal bei Null anfangen, spiele alle Züge ein und habe dann eben den Zustand meines Bretts da. Und als Bild nochmal vielleicht diese Portable Game Notation vor Augen führen, die das ja im Prinzip genauso macht. Die sagt, okay, zuerst hat der auf E4 gezogen, dann hat der auf C5 und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn ich die Züge alle nochmal nacheinander auf den Grundzustand ausspiele, komme ich ja auch zu meinem Zustand. Genau. Man kann da sehr schön paaren mit CQRS. CQRS ist so ein Pattern Command Query Responsibility Segregation. Das wird halt oft zur Skalierung eingesetzt. Das heißt, ich möchte da quasi trennen zwischen der Seite, die quasi Befehle in Empfang nimmt und Daten ändert und der Seite, die Daten einfach nur ausliest und irgendwie darstellt. Denn oft ist das halt irgendwie asymmetrisch, dass halt die eine Sache selten gemacht wird, die andere Seite sehr oft gemacht wird. Es macht halt schon Sinn, das zu trennen. Im Beispiel hier könnte man es zum Beispiel so sehen, ich habe halt hier den Fall, hier gibt der Benutzer seine Schachzüge ein, die werden in dem Model gespeichert. Ich speichere den Zug hier in so einen Event Store ein und sammle hier quasi alle Züge und publiziere dann ein Event. Oh, hier hat jemand nach C4 gezogen, kann dann das quasi hier wieder auf meinen Query Model anwenden, was dann vielleicht so aussieht, dass da der Zustand des Bretts drinsteht und ich kann den Zustand des Bretts dann quasi hier wieder anzeigen lassen. Das heißt, ich habe hier eine Trennung, ich habe hier quasi alle Domain Events immer drin gespeichert und kann die Daten dann hier so aufbauen, wie ich es halt für einen entsprechenden View haben möchte. Zum Beispiel könnte man jetzt sagen, ich habe jetzt hier einmal ein View für das Schachbrett und noch ein View für eine Schachuhr zum Beispiel. Und die Schachuhr interessiert sich ja nur, dass jetzt überhaupt ein Zug gemacht worden ist. Die interessiert sich gar nicht, wohin der gezogen hat, sondern einfach, okay, dann ist wohl jetzt der andere dran und ich muss die andere Uhr runterzählen. Das heißt, so kann man es ganz schön trennen voneinander auf Basis von Events. Genau, und jetzt würde ich gerne noch eine Sache vorstellen, das nennt sich Event Storming. Hat das schon mal jemand gehört? Oh, cool. Auch Hände. Sehr schön. Das ist auch eine Sache, die relativ neu ist, das ist, sieht so aus, das heißt, das ist so ein kollaboratives Werkzeug, um gemeinsam mit Software-Experten und Fahrexperten eine Domäne zu erforschen und zu modellieren. Man muss sich das so vorstellen, man versammelt sich in einem möglichst großen Raum, man hängt eine Tapetenrolle an die Wand, gibt jedem eine Menge Post-its und Stifte und gibt ein paar Regeln vor. Zuerst mal fordert man die Beteiligten auf, einfach mal zu überlegen, was gibt es denn alles für Domain-Events in der Domäne, die wir vielleicht für unser Problem betrachten, für unsere Problemlösung betrachten. Und da stehen erstmal alle so da und wissen nicht so recht, was sie da tun sollen und dann fängt halt der erste eine an und sagt, oh, ich denke, das ist ein Event und dann taut das so langsam auf und die Leute posten so die Events an die Wand, die sie meinen, die da relevant sind und dann entstehen erste Gespräche und Fachleute und Softwareleute kommen miteinander in Gespräche und mit der Zeit entsteht da eben hier so ein Bild, was quasi eine Modellierung der Domäne eben ist. Das heißt, ich kann sagen, welche Kommandos lösen denn vielleicht das Event aus und welche Regeln müssen denn eingehalten werden, damit mein Modell valide bleibt und wie muss es dann dargestellt werden und so weiter und da geht einem das Event-Storming ein sehr schönes Regelwerk an die Hand, mit dem man halt erforschen kann und modellieren kann und wenn man jetzt hier sieht, das ist auch eins zu eins die Konzepte, die ich halt auch im CQRS habe, ich habe zum Beispiel Commands, die reinkommen, ich habe hier sowas wie ein Model, ich habe halt eben hier das Event selbst und ich habe halt hier sowas wie den Query-Zweig, das heißt, man könnte das relativ gut übersetzen von einer Modellierung eben in eine CQRS-Umsetzung. Genau, das zum Event-Storming, also ich finde es halt ganz schön, weil meiner Erfahrung nach ist man halt, also womit ich da oft konfrontiert bin, ist halt User-Stories oder User-Story-Mapping, dass man sagt, man betrachtet das Ganze aus der User-Sicht, dann hat man immer so Storys oder so Sachen, in einem System da hinten passiert irgendwas, weil irgendwas anderes passiert ist, da kriegt man jetzt keinen User irgendwie rein gemangelt, das kann man sich irgendwie zurecht machen, aber wie gesagt, das Event-Storming hilft einem wirklich dann ganze Business-Prozesse zu modellieren und das ist dann auch nicht künstlich aus einer User-Perspektive, sondern ganzheitlich. Genau, das zum Event-Storming. Bam, viele grüne Haken. Und hier nochmal die Übersicht, das heißt, genau, was das Konzept des Domain-Events schafft, ist eben, ich verzahne halt alle drei Bereiche miteinander. Ich habe halt oben ein agiles Konzept Event-Storming, mit dem ich quasi Models erzeuge, die auf Domain-Events basieren. Domain-Events spiegeln damit quasi Business-Prozesse wieder und ich kann die eben sehr schön einsetzen, um mit CQRS und Event-Sourcing halt ja so Message-getriebene Systeme zu bauen. Das heißt, wie gesagt, ein Konzept DDD, was quasi den ganzen Laden irgendwie zusammenhalten kann. Genau, das waren jetzt so die beiden Neuerungen, Gründe für die DDD-Renaissance vielleicht, ja, und abschließend halt so die Hoffnung, dass DDD wirklich so eine verlorene, agile Disziplin ist, die es lohnt, mal wieder hervorzukramen, mal zu schauen, was hat sich da getan die letzten Jahre und zu schauen, wie kann ich das eben nutzen, um den ganzen anderen Werkzeugkoffer, an agilen Werkzeugen, die man so mit sich rumträgt, anzureichern und um eben die Zusammenarbeit zwischen Software-Experten und Fach-Experten besser zu machen. Ja, das wäre es von meiner Seite. Wer Interesse hat an Domain-Driven-Design, ich habe es eben schon gesagt, es gibt ja jetzt ein Domain-Driven-Design-Meetup mit einem schönen Kölner Dom hier in der Mitte. Das findet im Moment einmal monatlich statt. Jetzt im August haben wir auch einen Workshop zum Event-Storming, im September zu Domain-Storytelling und im Oktober zu einer Möglichkeit in JavaScript Domain-Driven zu arbeiten. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal da schauen würde, das gibt es bei meetup.com, einfach mal nach Domain-Driven-Design Köln suchen. Ansonsten auch bei der Rewe Digital Werbung sind wir sehr daran interessiert, Domain-Driven zu arbeiten, das heißt, wer da Lust hat, sich da zu betätigen, kommt gerne auf mich zu, kann die Jobs hier anschauen, wir würden uns freuen. Danke euch. Applaus Wir haben jetzt noch sieben Minuten bis elf, also wenn jetzt noch Fragen sind, gerne, ja, bitteschön. Aus dem Domain-Driven-Design gibt es noch eine Idee Domain-Specific-Languages. In welcher Zusammenhang befinden sich eins mit der anderen? Ja, also die Frage war, welcher Zusammenhang besteht zwischen Domain-Specific-Language, DSL, und Domain-Driven-Design. es besteht natürlich ein Zusammenhang, das sagt ja schon der Name Domain, das heißt, Domain-Specific-Languages sind halt eher schon eine sehr konkrete Ausprägung, das heißt, das kann ich machen, wenn ich mein Modell oder meine Domäne schon sehr gut verstehe, glaube ich, das heißt, weil ja eine Sprache, also eine Domain-spezifische Sprache schon auch mit Aufwand verbunden ist, die zu implementieren und so weiter, und ich würde sagen, das ist halt eine sehr konsequente Fortsetzung für Domänen, die schon sehr gut verstanden sind und ausgereift sind, wo man halt nicht mehr viel erforschen muss, sondern das schon mit gutem Gewissheit in sowas gießen kann, was ich dann eben auch in Software benutzen kann. Also ich finde schon, dass das einen sehr starken Zusammenhang hat, ist vielleicht in den letzten Jahren, aber es ist vielleicht auch eher so nicht ein Thema, gerade weil es vielleicht nicht so häufig, dass man wirklich so komplexe Domänen hat, wo sich der Aufwand lohnt, das wirklich zu tun. Ja, also ich glaube, die Küche können ein bisschen quäblich zu sagen, die Sprache ist ja etwas sehr generisch, das kann man sehr viel ausdrücken, oder ausdrücken nicht. Und wenn man eine Sprache, eine Domain-spezifische Sprache hat, kann man in den höheren Asportionslernen umgehen, und zwar mit Grundelementen, die generisch sind. Das ist ein Methodismus bei Normalisierung. Warum muss das Domain-Driven-Design? Warum muss das Domain-Driven-Design? Warum muss das Domain-Driven-Design sein? Also das muss man ja auch mit Grundelementen ausdrücken. Ja, aus meiner Sicht, wenn ich eine Domain-Spezifische Sprache für einen bestimmten Bereich nutze, dann bin ich automatisch Benutzer-Domain-Driven-Design. Aber umgekehrt wie gesagt, es heißt ja auch Domain-Driven-Design, also es ist ja eigentlich eine Design-Disziplin, es geht da eigentlich nicht darum, Software zu schreiben. Also der Kern des Domain-Driven-Design, so wie ich es verstehe, ist halt schon, dass du die beiden Seiten zusammenbringst, die sollen modellieren. Und natürlich ist es ein Bonus, finde ich, wenn danach so eine Sprache rausfällt, mit der ich halt in die Software schreiben kann. Ich finde, das ist aber ein Bonus. Und vielleicht verliert man was, wenn man sagt, ich habe ja schon die Sprache und mache das dann einfach und die Fachexperten sind auch davor. Ich selbst habe sehr wenig Kontakt gehabt mit Domain-Specific-Languages, deshalb kann ich das nicht aus erster Hand sagen, aber das wäre jetzt meine Intuition, dass das vielleicht passieren könnte. Okay. Okay. Hat noch jemand eine Frage? Ja, gerne. Genau. Genau. Also bei uns ist das so, wir machen das halt auch, Event-basiert über so eine Message-Queue, das heißt, es sind wirklich getrennte Datenbanken, die wir da haben. Und sobald du halt eine Änderung machst in dem Kundendaten-Service, wird halt quasi ein Domain-Event gefeuert, also auf diese Queue gelegt. Hier, da hat sich die Kundenstammdaten geändert mit der Änderung eben. Und da kann eben der Delivery-Service drauf hören auf diese Queue und sagen, okay, hier hat sich was geändert. Das ist in der Sprache. Ich übersetze das jetzt in meinen Kontext und speichere mir das dann einfach bei mir lokal in meine Datenbank ab. Also es ist eine asynchrone Kommunikation quasi. Das sollte man schon beachten. Das ist jetzt nichts, was synchron passiert und man das direkt verwenden kann, sondern es wird halt dann einfach so übersetzt in die anderen Kontexte. Also Kafka benutzen wir als Message-Tool. Wie gesagt, der Kommentar war, dass man vielleicht DDD nicht am Anfang machen sollte, sondern erstmal ganz normal agil anfangen sollte, um erstmal zu schauen, ob die Domäne komplex genug ist, dass sich der Aufwand mit Domain-Driven-Design lohnt. Da kann ich erstmal nichts gegen sagen. Es ist halt auch immer die Frage, was ist komplex? Also die Frage der Komplexität explodiert auch mal schnell und oft sind halt auch Sachen dabei, die auf den ersten Blick einfacher sind. Wir hatten jetzt ziemlich viel bei Rewe mit Payback gearbeitet und da hast du immer die Sache, es gibt eine Payback-Kundennummer, eine Kontonummer und eine Kartennummer. Man sagt immer noch die Payback-Nummer und das ist so schnell, dass du da auseinanderläufst und da modellierst du immer irgendeine Payback-Nummer und das passt ja gar nicht zusammen und deshalb ist es halt oft sinnvoll, ich finde schon sprachlich, früh damit anzufangen und wie gesagt, Domain-Driven-Design ist ja auch nicht so preskriptiv, dass es dir genau sagt, du musst jetzt diese ganzen Schritte machen. Ich finde, wenn du das schaffst, in Scrum zum Beispiel die Stakeholder zusammenzubringen und die über die Sachen gut reden können, dann hast du ja auch den Gewinn quasi schon und das Domain-Driven-Design ist dann quasi noch die Stützräder nebendran, dass das dann auch richtig läuft. so, ja. Das habe ich in der Frage genossen, was du erlebst, dass du mal das kompliziert an die bestimmten kleinen Systemen und dann irgendwann kommt die Fachzeite und fragt, welche Daten übergebt ihr eigentlich an das und das System. Man guckt halt eine Stütze rein und schießt halt die technische Felderreisung und dann kann man auch die Fachzeite gar nicht so mit anfangen. Aber bei denen diese Felder ganz anders sind, die haben wir eigentlich zu sehen, wenn man halt doch wie vorher Domain-Driven-Design da gemacht hat, das ist nicht mal ein einziges auf Feldbezeichnung, dass der Techniker zählt und auch die Fachzeiten was eigentlich für Daten übergeben wird. Ich glaube, du hast doch mal was Richtiges gesagt, wenn wir entlücken, sei es nicht das Ganze. Also mal, dass du das jetzt für Video-Eurs-Language sozusagen rausgenommen und das hilft manchmal, sich so eine gemeinsame Verständnis-Sprache zu schaffen, was du ja mit den Premier-Meetings haben, schon erreichen könntest. Also die mal full DDD machen und es reicht oder die, ich brauche schon so ein Teil nochmal. So, ich bekomme gerade das unmissverständliche Endezeichen von da hinten. Insofern danke ich euch alle nochmal, dass ihr hier wart und schönen Tag noch.